Moin Leute, was geht ab? Einige von euch wundern sich jetzt wahrscheinlich, warum ist eigentlich gestern und vorgestern kein Video gekommen? Den Faktor ist es so, ich bin auf der Gamescom unterwegs und heute schreiben wir deutsche PUBG-Geschichte. Ihr seht im Hintergrund gerade schon die PUBG-Stage und wenn ihr euch jetzt fragt, was läuft denn hier gleich, warum stehen hier so viele PCs? Heute findet das erste Mal das Finale der ESL-Meisterschaft statt. Ich zeig euch das Ganze mal so ein bisschen. Ihr seht hier, die ganzen Squads, die ja quasi spielen heute um 35.000 Euro Preisgeld, wie zum Beispiel Panthersports, Entropy Gaming, wir haben Alternate Attacks dabei, die haben die Jungs um Tree Days Freezy, also Weekly, die deutschen PUBG-Teilnehmer dabei. ZUDI! ZUDI haben wir auch selbstverständlich dabei und die spielen heute quasi um diese 35.000 Euro Preisgeld, all selbstverständlich auch um die Qualifikation der ersten regulären Season von der ESL-Meisterschaft PUBG. Das Ganze wird noch weiter ausgebaut. Wir freuen euch, auch das präsentieren zu dürfen. Das könnt ihr nämlich live sehen von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr auf ESL-PUBG-DE. Den Twitch-Link habe ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung gepackt. Guckt zu, Leute. Wenn ihr auf PUBG steht, es ist Pflicht. Es ist wirklich deutsche PUBG-Geschichte und die wird heute geschrieben. Also nicht lang schnacken, jetzt in die Videobeschreibung schauen und einschalten. Es wird einfach nur insane. Bis gleich. Hier ist der Alex. Willst du auch noch was sagen? Ja, einschalten. Okay. Alles klar. Alles klar.